Mein Name ist Desreen Turun, ich bin 20 Jahre alt und mache eine Ausbildung zur Automobilkauffrau hier im Autohaus Wahnke. Ich bin momentan im dritten Ausbildungsjahr. Also ich wusste schon immer, dass ich im Büro arbeiten möchte. Durch mein Praktikum, bevor ich meine Ausbildung begonnen habe, wurde mir dann klar, dass ich hier auch meine Ausbildung machen möchte. Durch den Kundenkontakt sowohl in der Werkstatt als auch im Verkauf ist deine Arbeit wirklich sehr vielfältig. Wir durchlaufen in unserer Ausbildung drei Abteilungen. Das Lager ist mehr intern, das ist so die Vorbereitung für die Werkstatt und im Servicebüro und in der Buchhaltung bzw. im Verkauf hast du halt wirklich den direkten Kundenkontakt. Am interessantesten finde ich die Terminvereinbarung mit dem Kunden, weil jeder Kunde unterschiedlich flexibel ist, weil man sich immer etwas anderes überlegen muss und am Ende des Tages hast du einen Kunden, den du zufriedenstellen musst und auch willst. Ich finde Wahnke so besonders, weil du wirklich immer jemanden hast in der Firma, den du ansprechen kannst, wenn du irgendein Problem hast oder auch generell, jeder hat ein offenes Ohr für dich. Wenn mir die Möglichkeit geboten wird, dann möchte ich gerne hierbleiben und als Serviceassistentin im Servicebüro arbeiten. Ich bin Lukas, 22 Jahre alt und bin hier in einer Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker mit dem Schwerpunkt System und Hochwolltechnik hier im Autohaus Wahnke in Tarmstedt. Ich finde den Beruf super interessant. Das kommt zum einen durch das Arbeiten meines Vaters im Kfz-Bereich und zum anderen spielt hier sehr viel Elektrik mit Mechanik zusammen. Während des Praktikums ist mir aufgefallen, dass wir hier sehr viel mehr Tätigkeiten haben als in anderen Werkstätten. Außerdem hat man hier mit den Kollegen sehr viel Spaß, aber kann auch über ernste Dinge reden. Zu meinen Tätigkeiten gehört die normale Inspektion bis hin zu großen Arbeiten wie Getriebeinstandsetzungen. Außerdem habe ich durch meinen Schwerpunkt sehr viel mit elektrischen Bauteilen zu tun. Besonders toll in der Firma finde ich, dass man hier nicht alleine gelassen wird, dass immer jemand da ist, wenn man eine Frage hat und das sehr intensiv auf einen eingegangen wird. Ich möchte, wenn ich fertig bin mit meiner Ausbildung auf jeden Fall meinen Meister machen. Mein Name ist Matthias Gerdes. Ich bin Serviceleiter hier im Autohaus Wahnke und seit über 30 Jahren im Unternehmen tätig. Wir sind in der Automobilbranche tätig. Wir haben Serviceverträge und Werkstattverträge bzw. auch Verkaufsverträge für die Marken Volkswagen, Pkw, Nutzfahrzeuge, Audi und Skoda und sind im Prinzip Marken und Hersteller gebunden. Neben den kaufmännischen Ausbildungen haben wir auch die technischen Ausbildungen zum Kfz-Mechatroniker. Hierbei ist besonders erwähnenswert, dass wir die Möglichkeit haben, einer speziellen Schwerpunktausbildung zum Hochwolltechniker. Das wird nicht überall angeboten. Das ist hier bei uns jetzt die Besonderheit. Das auch am Puls der Zeit sind. Das heißt, technologische Neuigkeiten werden bei uns sofort mit bekannt gegeben. Wir haben ein junges Team hier, was gierig ist nach Arbeit, was Lust hat zusammenzuarbeiten. Jeder erkennt im Prinzip, dass hier das alles ein Rad in das andere drehen muss, damit wir auch zum Schluss erfolgreich sind. Und das ist eigentlich das, was hier uns ausmacht. Ja, du hast uns jetzt kennenlernen dürfen. Wir freuen uns auf deine Bewerbung, wenn du Lust hast, mit uns gemeinsam zu arbeiten. Du erreichst uns per Telefon. Schau auf unsere Homepage, schick uns eine E-Mail, schicke uns einen Brief. Wir sind für dich da.